Bühne frei fürs Olympiastadion und den Duell Türkgücü-München gegen den Halleschen FC. Beide Teams zuletzt mit zwei Niederlagen wollten in der englischen Woche den Bock umstoßen. Vier Änderungen in der Startelf bei Türkgücü, standen zwei beim HFC gegenüber Halle. Noch nie in einem Pflichtspiel in München gewonnen mit dem besseren Anfang. Die 13. Minute, hier der Ballgewinn von Michael Eberwein. Dann steckt Lindenhahn durch auf Julian Derstorf. 0 zu 1 die frühe Führung für den Gast aus Sachsen-Anhalt. Und was für ein Geschoss von Julian Derstorf. Vierter Saisontreffer Lester. Rene Vollert überhaupt keine Chance. Hier zunächst der Ballverlust von Aaron Berz. Lindenhahn mit der schnellen Weitergabe und dann ist das ein perfekter Schuss. Zwei Minuten später Halle am Drücker mit den Neuen in der Startelf mit Guttau und mit Janek Sternberg. Und auch der Sitz. 15. Minute. Michael Eberwein. Zweiter Saisontreffer nach dieser feinen Kombination über die starke linke Seite. Und Eberwein einen Schritt schneller als Aaron Berzel. Und auch hier Rene Vollert machtlos. Die 33. Minute. Halle weiterhin mit einem sehr starken Auswärtsspiel. Hier mit Lindenhahn. Und er findet Eberwein. Und er knallt gewaltig. Da fehlen nur Zentimeter am 0 zu 3. Die erste halbe Stunde ein Desaster aus Turgütschisicht. Danach wurde es leicht besser. Minute später. Peter Sliskovic. Der Top-Jäger versucht es mal gegen zwei sich durchzusetzen. Fummelt den Ball auf. Kirtzicek seinen Sturmpartner. Aber dem klebte in der Situation das Pech am Stiefel. Sonst hätte das zur Pause sicherlich besser ausgesehen. Ansonsten tat es richtig weh aus Sicht der Münchner. Hinein in die zweite Hälfte. Und Halle machte da weiter, wo sie aufgehört haben. Hier mit Julian Guttauf. Findet Julian Derstorf. Berzel dazwischen. Klasse Rettungszeit. Aber der Ball ist immer noch heiß. Und Michael Eberwein. Auch er verpasst nur knapp seinen Doppelpack. Ja, und da waren sie anfällig bei diesem Flang. Hier Berzel rettet dann nochmal. Lindenhahn macht die Kugel. Aber nochmal heiß. Es droht ein neuerliches Unteilen für die Jungs von Alexander Schmidt. Die 60. Minute. Wieder Toni Lindhahn in seinem 200. Drittligaspiel. Ball kommt vor die Füße von Julian Derstorf. Und er sitzt wieder. Doppelpack für den 28-Jährigen. Weil er hier freie Schussbahn hat. Und weil noch ein Tögücü-Fuß dazwischen ist. Das sehen wir hier gleich in dieser Einstellung. Alexander Sorge macht den unhaltbar. Für Rene Vollatz. Die Münchner versuchten mit viel Ballbesitz immer wieder nach vorne zu kommen. 65. Minute. Kusic, Sliskovic. Tögücü in den zwei vorangegangenen Spielen ohne Treffer. Und auch hier weiterhin glücklos. Hinein in die Schlussphase. Und tatsächlich hatten die Münchner noch die ein oder andere Chance. Hier wieder Sliskovic. Aber es sollte einfach nicht sein. Am Ende war es klar und deutlich auf der Anzeigetafel zu sehen. Der Hallesche FC entführt alle drei Punkte aus dem Olympiastadion. Gewinnt mit 3 zu 0. Bei einer 3-0-Niederlage, bei zwei Gegentoren in 15 Minuten und einer Sieglosserie, dass irgendwas im Kopf nicht stimmt, dass irgendwas an der Füße nicht stimmt. Und da sucht man dann immer nach Gründen. Da gibt es ja das legendäre Interview. Ja, woran hat es gelegen? Ja, woran hat es gelegen? Ja, woran hat es gelegen? Ich kann es jetzt auch nicht sagen. Wenn wir hier mit drei Punkten wegfahren können, zu null gespielt haben und verdient gewonnen haben, macht uns heute verdammt glücklich, muss ich ehrlich sagen. Ja, wo stehen wir jetzt, fragen Sie sich beim HFC. Na, bei 24 Punkten nach dem vierten Saison-Auswärtssieg. Und bei Togutschi brechen nach drei Niederlagen jetzt stürmische Zeiten an. Alle Spiele der dritten Liga live. Nur bei Magenta Sport.